...Kilo? Wie gefällt er dir, Franziska? Ich hätte ihn auch gern. Aber ich bin leider kein Schmuckdesigner. Schauen wir mal. Ist doch Wahnsinn, oder? In der Kategorie Fashion Jewelry Brand of the Year hat gewonnen Sif Jakobsen. In meiner schönen Preisverleihung ist es immer so, dass die Gäste so lange applaudieren. Tschüss. Jetzt kommt erstmal die Begründung der Jury. Sorry, I have to do it in English. In German. They told me. No, I don't. Okay. Einen Moment. Erstmal die Begründung der Jury. Seit über 30 Jahren steht das Label für eine klare Formsprache und edle Materialien. Diesem Armreif aus rodiniertem Stirling Silber gelingt eine nahezu perfekte Symbiose mit der Zuconia im Baguettschliff. Er ist klassisch und ein wenig verspielt zugleich. And now... Frau Fethiller, das ist... I can just say... Or... Ich habe etwas Zeit gemacht für ihre Antworten jetzt auf der Stelle. Und erst, du musst den Award geben. Now you are receiving the first award of the first award ceremony of the Enoreganta and Ionec. What will you write home about? Well, I'm just so honored and surprised, very surprised. And please tell me who are the two boys? Who are my two boys? One of my older husbands and the CEO of the company and our director in Germany, Central Europe, Markus Fink. So, to all, a big applause and a big hug. Congratulations!